Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Micky. Hi. Wir reden wie immer über die aktuellsten Nachrichten aus dem Anime-Kosmos. Und ja, es hat sich wieder einiges getan. Erstmal nicht wundern, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wer vielleicht den Anime-Slam-Podcast am Mittwoch schon gehört hat, da war ich noch ein bisschen erkältet. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen erkältet. Ja. Es ist passend, es ist lustigerweise passend, wir nehmen das jetzt hier zwei Tage nach dem Anime-Slam-Podcast auf. Und der Podcast kommt noch zwei Tage nach dem Anime-Slam-Podcast raus, von daher kommt eine schöne, wie so eine Zeitreise. Ja, du passt auch voll in die Jahreszeit rein. Ja, sind sowieso gerade alle krank, alle Menschen der Welt. Naja, wir haben, was haben wir denn heute wieder schönes? Wir haben wieder ein paar interessante Manga-Lizenzen, wieder neue Light-Novels, die nach Deutschland kommen durch den neuen Verlag. Wir haben natürlich was Neues von Dragon Ball, über das wir nachher noch reden können, was durch die Decke gegangen ist und ganz, ganz, ganz viel mehr. Fangen wir doch gerade mal an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und zwar hat J-Novel Club, ein amerikanischer Verlag, die da halt Light-Novels rausbringen, angekündigt, dass sie einen deutschen Ableger namens JNC Nina GmbH gegründet haben, wo sie in Zukunft auf Deutsch Light-Novels rausbringen wollen. Und JNC Nina wird dann so laufen, dass man sowohl auf Deutsch und Französisch Light-Novels dann kaufen kann und das in einem Monatsabonnement für 5,49 Euro oder für ein Jahresabonnement für 60 Euro über diese Webseite von denen, wo man dann wöchentlich neue Kapitel lesen kann. Zum Anfang wird es geben, The Far Away Paladin, The Saints Magic Powers Omnipotent, Timon Empire, Brunhilde, die Schwertschlechterin und Hellmode. Und dann, wenn die Serien mal fertig gelaufen sind, wird es die digital als E-Book geben für 7,99 Euro, das Buch. Das heißt, ja, alles davon digital, nichts physisch, was ich ein bisschen schade finde. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir mehr Light-Novels auf Deutsch bekommen. Es ist halt nur, wie gesagt, schade, dass die halt entweder hinter einem Abonnement zu bekommen sind oder indem man sie als E-Book kauft bei allen möglichen Plattformen, die E-Books anbieten, wie Amazon und Co. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist im Moment, aber die meisten E-Books, die besitzt du dann auch wirklich, oder? Ist es auch noch so, dass du den Online-Zugang brauchst, sonst kannst du sie nicht abrufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, E-Books und alles kannst du dann runterladen bei den meisten Dingern oder so. Ja, ich kann mich noch an, vor Jahren erinnern, dass es dann noch Scherereien gab, weil zum Beispiel, dass dann, wenn irgendwelche E-Books wegen Lizenzproblemen rausgefallen sind oder rausgenommen wurden aus dem Sortiment, dann haben sie von deinen Amazon-Geräten das ohne dich zu benachrichtigen einfach rausgelöscht, dein gekauftes Buch. Also, da war nichts im Sinn, von wegen, in mir gehört das, sondern, ja, okay, war nicht unbedingt unberechtigt, weil es irgendwas rechtlich, hätten sie es nicht gedürft, das veröffentlichen, aber dass sie dir ja noch nicht mal das gesagt haben und dann einfach so, boop, meins. Aber dann, in dem Fall ist es mir eigentlich egal, ob es digital oder Papier ist. Ich bin da tatsächlich flexibel geworden. Ich habe kein Tablet. Oh, okay. Ja, okay. Ein Tablet macht schon einiges Spaß, egal, das stimmt schon. Also, auf meinem Handy will ich nicht unbedingt Bücher lesen, das ist mir einfach zu klein dafür. Auf dem Computer finde ich es auch eher uninteressant, also nicht ganz so toll, wie dann halt, wenn man halt etwas in der Hand hat, was halt Buchgröße hat. Ja, ich lese auch auf meinem Handy Bücher. Ja, sind ungefähr dasselbe Format wie so dieses Schultaschenbuch, dieses kleine gelbe. Wie hieß das nochmal? Ich habe es vergessen. Aber es geht auch. Na ja, das wird es jetzt also auf jeden Fall in Zukunft geben. JNC Nina, die Webseite ist bereits online. JNC-Nina.eu Und da könnt ihr die dann ansteuern und schauen, was die im Angebot haben. Dann gibt es ein paar neue interessante Manga-Lizenzen, die ich mir wieder rausgepickt habe. Und zum einen haben wir da Eckmund mit Devilman, dem Original aus den 70ern von Gona Guy, was sie ab Mai 2024 dann in Deutschland rausbringen möchten. Das empfehle ich tatsächlich. Von all den Devilman-Sachen ist das wahrscheinlich immer noch das Beste. Hm. Ist auch ein bisschen seltsam. Es ist nicht nur auf Schock und Horror getrimmt oder auf Provokation. Sehr viele Teile von diesem Gerät sind geschrieben wie ein übernatürlicher Mystery-Thriller. Und besonders gegen Ende sind einige Szenen und Bilder, wo ich ... Normalerweise bin ich nicht so derjenige, der sagt, Gona Guy, voll der geile Zeichenstil. Aber da, da hat er einige Sachen abgeliefert, die finde ich wirklich fantastisch. Deswegen, ja, ist auch nicht lang. Ich glaube, es sind drei große Bände oder fünf groß, wenn ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Devilman ist auf jeden Fall relativ kurz. Ja. Ja, also das haben wir auf jeden Fall fünf Bände sind. Das habe ich gerade mal nachgeguckt. Ah, okay. Kann sein, dass es in Japan so eine Großfassung gab mit drei Bänden. Kann auch sein, ja. Und dann hat Manga-Kult noch zwei weitere interessante Lizenzen. Wir hatten beim letzten Mal ja schon welche vorgestellt. Und hier wollte ich noch zwei rauspicken. Einmal Girls' Last Tour, der Manga dazu. Ich mag ja auch den Anime sehr gerne zu Girls' Last Tour. Hat halt sehr was von Kinos Reise, so von der Stimmung her. Ja, zwei Mädchen, die durch die Postapokalypse auf ihrem Mutterrad fahren und, ja, so ein bisschen über, auf ihre eigene Weise auf das Leben und die Welt philosophieren. Kann ich sehr empfehlen. Soll dann ab September 2024 rauskommen. Und was sie auch noch bringen, ist ein weiteres Werk von Shoso Ushimi, von dem sie auch schon bisher einiges anderes in Deutschland rausgebracht haben. Und zwar Inside Mari, wo es um einen Stalker geht, der sich plötzlich in dem Körper des Opfers wiederfindet, was er die ganze Zeit stalkt. Und auf einmal sehr mit den Komplikationen, die das mit sich führt, auf eine gruselige Art und Weise konfrontiert wird. Die Schocktherapie, ja. Ja, ja. Jo, ähm, das wird's dann ab August 2024 geben. Und was wir auch noch haben ist, in der aktuellen Saison ist ja die Fortsetzung zu The Seven Deadly Sins angelaufen, wo es um den, war das in dem Ding? Ich glaube, in dem Ding war das nicht der Sohn, das war in einem anderen Ding. Auf jeden Fall, nach der ersten Serie spielt das irgendwann, ne? Und, ähm, da hat Netflix jetzt gesagt, dass sie das noch in Zukunft rausbringen werden. Also sie haben das lizenziert, wie auch die anderen Seven Deadly Sins-Serien und den Film. Ähm, und haben jetzt gesagt, Coming Soon, aber halt noch kein Datum. Und bei Netflix kann halt Coming Soon wirklich alles bedeuten. Ja, das kann bedeuten, nächsten Monat, weil, juckt uns nicht, wir, uns reiche zwei Wochen, um das Feuer anzukündigen. Oder es kann sein, noch ein halbes Jahr warten. Das ist wirklich, weiß man jetzt. Jo. Naja, naja. Kommen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Sind nicht so viele. Aber dafür eine ganz große, direkt am Anfang. Und zwar war die New York Comic Con. Und, ähm, da war Akira Toriyama und Tori Animation. Und die haben einfach mal eine neue Dragonball-Serie angekündigt, direkt mit einem Teaser-Trailer. Und dass sie im Herbst 2024 rauskommen soll. Die heißt Dragonball Dimer. Und, ähm, Leute, die Dragonball-Kitek gesehen haben, werden einen Schock bekommen, wenn sie sehen, worum es daran geht. Ähm, denn, ähm, die Hauptfiguren werden in Kinder verwandelt und müssen herausbekommen, was passiert ist. Äh, jo. Äh, ich meine, ich schätze mal, die werden dann gleich gesagt haben, aber es ist nicht wie Dragonball GT, weil GT ist nicht besonders beliebt. Ja, äh, also, äh, Toriyama hat ja noch gesagt, ähm, dass er diesmal sehr involviert ist in das Projekt. Mehr als er anscheinend sonst bei den Dragonball-Anime involviert sei. Und, äh, er viel dazu zeichnet und schreibt und sonst irgendwie was. Ähm, ja. Mhm. Ja, ja, Dragonball, die lange Durststrecke. Und dann in den letzten zehn Jahren wurde sie halt richtig heftig unterbrochen und mit saumäßig viel neuen Zeugs. Das wundert mich immer noch. Aber, hey, soll mir recht sein, das Zeugs ist spaßig. Ja, man sieht halt schon einiges, ähm, in diesem Teaser-Trailer dann. Fängt halt an mit so alten Szenen und wechselt dann halt zu, zu dem, wie es jetzt aussieht. Ähm, wo der Drache, wie heißt der, Shenlong oder irgendwie sowas an den CGI zu sehen ist. Was, zum Ersten ist es gut gemacht, auf den ersten Blick hatte ich es erstmal nicht erkannt. Dann, wenn er sich bewegt, sieht man es mehr. Ähm, aber der, der Rest ist auch alles anhand gezeichnet. Also, das ist jetzt nicht wie der letzte Film von Dragonball, der rausgekommen ist, der CGI war, sondern das ist auch wieder handgezeichnet. Mich würde es mal interessieren, wer das Teen dahinter bei Tori Animation ist. Ich würde das vermuten, die Leute, die, äh, Dragon Quest, den letzten Dragon Quest-Anime gemacht haben. Hm, okay. Was auch passen würde. Möglich. Ähm, in meinem gesehen, ehrlicherweise sehen es alle nicht so besonders aus, die im Teaser zu sehen sind. Also, da ist jetzt noch nicht viel krasse Action und sonst irgendwie was zu sehen. Aber zumindest so die Animation, ähm, wenn so ein kleiner Kampf drin ist, zum Beispiel wenn Goku mit seinem, ähm, mit dem Stab da schwingt und alles. Das ist, das ist, das ist ja ganz cool, das sind hier Frames. Ach ja, äh, es ist fast schon ein bisschen schade. Äh, ich hoffe, sie fangen auch wieder den Geist vom Original Dragonball ein, also vor Z. Z. Am Anfang von Z war es ja auch noch so, dass, äh, wir gehen auf eine Reise und auf ein Abenteuer. Man war noch dabei, weil man ist ja zu dem Planeten Namek dann geflogen und etc. Aber das war vorher eher die Norm, ne. Vorher war weniger mit Turnier und gegen böse große Gegner kämpfen, sondern mehr Abenteuer, Abenteuer. Mit einem U-Boot in, äh, eine Untersee-Basis von Piraten, äh, laufen und dort gegen die vollautomatisierten Kampfroboter, die die Piraten noch hatten, kämpfen und so ein Scheiß. Also, wunderbar. Wunderbar dämlich. Hoffentlich machen sie auch mehr so einen Unsinn jetzt in der neuen Serie. Mal sehen. Ich glaube, das ist zu sehr, hat sich die Serie schon den eigenen Schwanz aufgefressen, dass wahrscheinlich viel selbstreferentieller Kram irgendwie darin vorkommen wird. Auch möglich, ne. Und irgendwie weiter um Lore geht und sonst irgendwie was. Who knows. Was haben wir noch? I Got a Cheat Skill in Another World ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und da ist jetzt angekündigt worden aus irgendeinem Grund, dass das noch eine Anime bekommen wird. Ja. Aber mehr kann ich euch nicht dazu sagen, das ist alles, was da gesagt wurde. Also, es wird noch eine Anime geben, keine Ahnung, ob Fortsetzung, ob Compilation-Film oder irgendwie ein Kinofilm, irgendwie eine OVH oder sonst irgendwas. Es wurde einfach nur, es hieß, das kriegt noch eine Anime. Wow. Weißt du, es hat schon was zu sagen, dass ich das nicht von anderen Iseka-Dingern mit sowas auseinanderhalten könnte. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendeiner von den Dingern, der in letzter Zeit gelaufen wäre. Weil die haben alle irgendwie Cheats, gell? Ich meine, es ist dieses Jahr auch gelaufen. Also, es ist das, was ja anscheinend sehr gut animiert gewesen ist und so. Und ja, ich weiß, dass du es nicht mochtest. Ach, kann das sein, dass es das Ding ist, wo auch im echten Leben ganz super toll ist? Ja. Ja, das ist das. Das war unnötig gut gezeichnet. Ja. Naja. Was haben wir noch? Wir haben noch Private Tutor to the Dukes Daughter. Das ist eine Light Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll. Ist auch noch nicht viel dazu gesagt worden. Das ist halt einfach nur die Ankündigung, das bekommt ein Anime. Das ist anscheinend eine Geschichte, wo es darum geht, dass jemand einen Job am Royal Court haben wollte. Also, im Gericht von einem Königreich irgendwie, in dem er lebt. Und ist ein junger Zauberer, aber er hat den Test dafür verkackt. Und will dann ins Dorf leben. So ein Heimkern. Kann sich aber nicht mal ein Zugticket leisten. Und dann passiert es irgendwie, dass er halt, also dann will er halt, sucht er nach einem Job. Und es passiert, dass der Duke jemanden, einen privaten Lehrer für seine Tochter braucht, die keine Zauberkünste wirken kann. Hm. Ja. Und da er selber ein Zauberer ist, nimmt er den Job halt an. Hm, so ein bisschen Mischung aus so chinesischen Elementen und, ja, weil die Idee von, dass man die großen Prüfungen besteht, um dann am Hofe zu arbeiten, ist ja so eine klassische chinesische Sache, weißt du, mit den konfuzianischen Sachen, wo man dann Beamter werden kann. Frag mich, ob das ein kleines bisschen mehr davon Einfluss hat oder ob es einfach nur eine Light Novel ist. Ich denke, es würde einfach wieder normale westliche Fantasy sein. Ja, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr östliche gebrauchen. Äh, jo. So, und dann haben wir noch Let's Play. Ist ein Web, äh, eine Web Novel, beziehungsweise ein Web Comic von Lian M. Crack, Crack, Crackick? Crackick? Der Online-Handle ist auch Mongi. Und, äh, da hat OLM angekündigt, ähm, beziehungsweise sie hat angekündigt auf der Comic Con, dass OLM, äh, also das Studio hinter Pokémon, hinter Iokai Watch, ähm, einen Anime zu ihrem Web Comic produzieren wird. Den Web Comic, den gibt's schon seit 2016, hat sie zuerst auf Webtoon veröffentlicht und, ähm, es hat anscheinend jetzt irgendwie schon drei, Anführungszeichen, Staffeln. Ähm, und ja, da geht's im Prinzip um eine Videospielentwicklerin, deren, äh, äh, die, die halt alleine so Videospiele entwickelt und dann kommt plötzlich eine schlechte Review von einer bekannten Streamerin und, ähm, das haut sie völlig aus dem Hocker und dann stellt sich heraus, dass die bekannte Streamerin ihre Nachbarin ist. Juhu. Also, ja. Also, ja. Ich mein, es ist immer sehr, sehr praktisch, wenn du rübergehe kannst und dem Verantwortlichen einmal so kurz auf der Hinterkopfdatsche kannst. Ähm, meine Güte, das Ding scheint halt sehr beliebt zu sein, aber irgendwie, ja, im Moment ist es auf Pause, ne? Äh, ja, die Autorin hat gesagt, dass 2025 das weitergehen wird, was noch eine ganz schöne Weile hin ist. Ähm, ja, im Herbst 2025 sogar, also noch länger hin, im Prinzip. Ja. Äh, ja, also, keine Ahnung, was da los ist. Also, anscheinend hat sie sich irgendwie mit Webtoon verstritten und will da nicht weiter veröffentlichen. Und eigentlich gibt's ja genug Möglichkeiten, heutzutage im Internet dann sein Webcomic halt woanders zu veröffentlichen, aber ich weiß nicht, was sie dann davon abhält. Vielleicht ist sie größer in die Produktion des Anime mit involviert, keine Ahnung. Ähm, man soll ja nicht spekulieren, aber es gibt in solchen Bereichen auch etwas wie diese, ähm, auch wie heißt es denn auf Deutsch, ich weiß nicht mehr, so Wettbewerbsklauseln im Vertrag. Ja, dass du ein Jahr nicht arbeiten darfst und sowas, ja. Also, in dem Bereich, was ich immer wahnsinnig finde, dass irgendjemand sowas unterschreibt oder dass es sowas nicht richtig angefochten wird. Wahrscheinlich haben die Leute einfach kein geltenden Nerven für eine Gerichtsverhandlung. Das verstehe ich auch, aber meine Güte. Wobei ich's mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann, wenn's anscheinend wirklich als auf Webtoon angefangen hat, dass sie da vielleicht sowas hatte, aber ich weiß es nicht. Wir wissen's ja alle am Ende nicht. Hoffentlich wird das gut, dann kann sie nämlich vielleicht früher weitermachen. Das Szenario klingt auf jeden Fall erstmal ganz putzig. Jo, äh, das sind schon die neuen Algernkündigungen, alle vier. Ja, wunderbar. Nicht viel los in der Front, dafür haben wir ganz viele Updates für euch zu liefern. Einmal zu Go, Go, Loser Ranger. Na, ich liebe den Titel immer noch. Ist jetzt ein Trailer rausgekommen, der uns verrät, wer dran arbeitet und uns natürlich auch zeigt, wie das Ding aussieht. Ist ja der aktuelle Manga von dem Mangaka von The Quintessential Quintuplets und ist angesiedelt in einer Welt, wo die Erde halt angegriffen worden ist von Aliens. Und die Super-Sentai-Ranger sollten die um sich darum kümmern und haben das innerhalb eines Jahres getan und die Aliens im Prinzip unterworfen. Und die haben jetzt, und die werden jetzt dazu gezwungen, immer noch jede Woche ein neues Monster quasi auf die Sentai-Truppe loszulassen, damit die noch was zu tun haben. Also sind im Prinzip wirklich versklavt worden von den Helden. Und jetzt gibt es einen Bösewicht, der hat keinen Bock mehr auf die Scheiße und will das nicht mehr mit sich machen lassen. Das ist eine sehr wilde Prämisse. Der Trailer sieht auch ziemlich wild aus. Und ziemlich geil, muss ich mal sagen. Das sieht sehr gut gezeichnet und animiert aus. Vor allem finde ich diese Transformationssequenz, die man am Ende zu sehen bekommt, wie die Hauptfigur sich in seine Menschengestalt verwandelt, finde ich ziemlich cool. Also das sieht sehr interessant aus. Das wird jetzt gemacht bei Joestar Pictures. Also, Gott, wenn mich nicht alles täuscht, ist es das Studio, was jetzt auch zuletzt dieses Magical Girl Destroyers, hieß es, glaube ich, gemacht hat. Das kann sein. Lass mich kurz checken. Ach nee, Joestar Pictures ist das Studio von Arknights und Zulane, also die koreanische Firma halt, Joestar, ja. Yo, okay. Oh Gott, die kommen so langsam durcheinander mit den ganzen Studios. Ja, es sind viele. Ja, Joestar Pictures, stimmt, deswegen wird es auch so gut aussehen bei dem Studio, an dem ich eben gerade gedacht habe, da, also nicht um den Studio irgendwie zu beleidigen, aber die haben halt weniger Geld hinten dran, schlicht und ergreifend. Und Joestar Pictures hat halt einen koreanischen Geldgeber mit Gacha Money. Ja, Gacha Money, das muss auch echt wirklich ins, in eine Dude rein. Gacha Money, meine Fresse, ey. So viel Geld. Ja, äh, das Regie geführt wird von Keiichi Sato, das wurde zumindest vorher schon mal bekannt gegeben, der Regisseur von Tiger and Bunny, ähm, also der, ich glaube, ersten Staffel von Tiger and Bunny nur. Und, ja, das ist so, wie gesagt, der Trailer, der sieht auf jeden Fall ordentlich aus, das kann man sich auf dem YouTube-Kanal von TBS angucken, die das mitproduzieren, ähm, und sich mal ein eigenes Bild davon machen. Und das soll dann 2024 rauskommen, äh, genauer Season wird, genauer Season wird noch nicht gesagt. Mhm, okay. Was wir noch haben ist Snack Basu, Bas, Basu? Äh, Bas, ich weiß es auch nicht mehr, ich hab's irgendwo mal nachgelegt, aber ich glaub, das heißt Basu. Snack Basu, äh, sowas auf jeden Fall geschrieben, so kann ich's am ehesten dann aussprechen. Ähm, da wird jetzt eingekündigt, ähm, wer es macht, und dass es anscheinend nach Weihnachten laufen wird. Auf jeden Fall soll es einen Pre-Broadcast-Event an Weihnachten geben, am 24. Dezember. Mhm. Und, ähm, ja, da wurde jetzt dann bekannt gegeben, dass bei dem Studio Puyukai gemacht wird, Regie geführt von Minoru Ashina, und die haben halt in der Vergangenheit dann schon sowas wie Isekai Quartet oder Kaiju Girls, äh, gemacht. Also, ähm, ja, so kurze Anime, wie ich's mir halt gedacht hab, als es angekündigt worden ist, ist es wahrscheinlich nur so ein 3- bis 5-Minuten-Gag-Ding über verrückte Figuren in einer Bar. Jo, hoffentlich geht's um Snacks. Ich mag über diese Kurz-Anime über Snacks und Essen. Das ist immer fein. Ich mag essen. Ähm. Man braucht's zum Leben. Ja, das stimmt. Äh, dann haben wir noch I Become a Villainess that would go down in history. Da wird jetzt angekündigt, dass 2024 rauskommen soll. Mir ist noch jetzt nicht großartig dazu gesagt worden, ne, das ist die Geschichte von der Protagonistin, die in ihr Otome-Spiel landet, äh, was sie mag, und sich aber zur Aufgabe gemacht hat, die schlimmste Bösewichtin zu sein, die es jemals gibt. Und der Prinz, äh, sagt dann, dass er ziemlich into that ist. Und, ja, das ist die Geschichte davon, wie so 2024, das ist jetzt zumindest ein Poster veröffentlicht worden, wie das Anime-Charakter-Design aussieht von der Protagonistin. Und zumindest so in drei Formen sieht man sie dann als Kind, irgendwie als, als noble Edeldame mit Schwert und als Pirat-Zauberin. Mit Augenklappe, I don't know. Dann, was haben wir noch Lustiges? Wir haben noch Cherry Magic, 30 Years of Virginity can make you a wizard. Da ist jetzt der erste Trailer veröffentlicht worden mit ein paar mehr Infos dazu. Ähm, Januar 2024 soll das rauskommen. Ja, und ist ja bei, bei Satellite wird's ja gemacht, äh, das stand ja zumindest auch vorher schon fest. Und, ja, ist halt die Anime-Adaption von, ich glaub, einer der beliebtesten Boys Love-Serien in Japan. Ähm, hat auch schon zahlreiche, also auf jeden Fall schon mehrere Filme und Serien auch bekommen, ähm, im Live-Action-Bereich. Und jetzt kommt halt der Anime dazu, ab Januar 2024. Ein erster Trailer kann man sich auf dem Kanal von Apex Pictures, einer der Produzenten, ansehen. Und das sieht halt okay aus. Ich krieg irgendwie Angst dabei, wenn der eine Kerl so funkelt wie der verdammte Vampir aus Twilight. Ich glaube, das wird zumindest ein bisschen bessere Boys Love-Geschichte, weil die Autorin da ziemlich aufgeschlossen zu sein scheint, was das Thema angeht. Und ansonsten, äh, ja, wobei man das halt bei diesem Trailer, ehrlich gesagt, nicht so wirklich raussehen kann. Also, es sieht aus wie viele andere Boys Love-Serien auf den ersten Blick. Ja, ja. Vielleicht ist das auch das Ziel, der, 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 der Ziel, das Ziel. Das Ziel. Das Ziel von dem Design, dass das so wirken soll. Ähm, ich weiß es nicht. Ich werd's mir auf jeden Fall, also, ich denke mal angucken. Okay. Dann haben wir einen ersten Trailer und, äh, Infos zu Bye Bye Earth. Das ist 2022 angekündigt worden, als, ähm, angekündigt worden ist, dass Crunchyroll und Sony eine Kooperation mit dem japanischen Produzenten Wawao haben werden, wo sie Bye Bye Earth produzieren werden. Und, ähm, das ist halt eine Novel-Reihe von Toe Obukata, also dem Autor von, äh, äh, von, von Madoc Scramble und von Psycho Pass ab Staffel 2 und von dem Fafna-Anime, äh, Anime. Und, äh, das ist auch bei der New York Comic Con, hat Crunchyroll das dann halt bekannt gegeben, meinen ersten Trailer dazu, äh, ist die Geschichte von, äh, ähm, auf allen Planeten, dem, der Erde nahe ist, wo alle Menschen eine Tierform angenommen haben, bis auf die Protagonistin, die auch versucht herauszufinden, warum sie die letzte Menschen geblieben ist und was, äh, und ob es noch mehr von ihrer Sorte gibt. Die ursprünglichen Charakter-Designs kommen von Yoshitake Amano, also dem Final Fantasy, ähm, Charakter-Design, dem ursprünglichen. Hm, hm. Studio Lidenfilms wird's animieren. Regie für Yasuto Nishikata, der den The Seven Deadly Sins-Film, ähm, Regie geführt hat. Und einige andere Sachen bei Lidenfilms, sonst noch Hortensiensaga und Killing Bites. Musik, Kevin Penkin. Weep. Das ist dann der eine große Grund, warum ich das wahrscheinlich gucken werde. Äh, auch lustigerweise, als ich vorhin die News halt vorbereitet hab, hab ich den Made in Abyss-Soundtrack dabei gehört und dann hab ich gesehen, oh, Kevin Penkin macht die Musik dafür und sofort die Musik von dem Trailer angemacht. Mhm. Ähm, weil sonst hör ich die halt immer stumm. Und ja, der Trailer klingt auch ziemlich gut, von daher, äh, die Prämisse ist jetzt, ist okay, kann man sicherlich was mitmachen. Da kann man Witze drüber reißen, ne? Das ist der einzige Nicht-Furry, auf der Suche nach weiteren Nicht-Furries. Aber ja, wenn ich den Ton aus dem Trailer richtig aufnehme, dann nimmt sich die Geschichte recht ernst. Ja. Und will anscheinend kein Trash-Fantasy sein. Ist ein bisschen schade, aber recht so, ne? Ich mein, aber das große Schwert ist immer noch jenseits von jeglichen Realismus. Gott sei Dank ist es in der Tradition von japanischem Fantasy-Kram. Hehehe. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das soll dann 2024 rauskommen. Und, jo, ich bin mal halbwegs gespannt, auf jeden Fall. Jo. Was haben wir noch? Out of Crusade or the Rise of a New World. Der, äh, Fantasy-Romeo-und-Julia-Anime. Nicht zu verwechseln mit dem tatsächlichen Fantasy-Romeo-und-Julia-Anime. Ähm, ist jetzt, sind uns mal neue Infos bekannt gegeben worden mit einem kleinen Teaser. Ähm, und zwar ist das, sollte der Anime ursprünglich dieses Jahr rauskommen, dann ist er auf 2024 verschoben worden. Ähm, und jetzt wissen wir, dass es so ein bisschen das Studio gewechselt hat, so Hype. Also Silverlink wird immer noch gecredited mit als Studio. Äh, aber Studio Palette sind jetzt wahrscheinlich die Hauptverantwortlichen. Palette sind das Studio, die zuletzt Kamikatsu, Working for God in a Godless World, gemacht haben. Und der Regisseur dafür soll jetzt hier auch Regie führen und, äh, löst damit den alten Regisseur ab, der vorher bei, äh, Silverlink ganz viele andere Serienregie geführt hat. Jo. Dieser erste Teaser, ehrlicherweise, also wenn man jemanden heiß machen möchte auf eine neue Staffel von irgendeiner Serie, dann ist das wahrscheinlich nicht die Art Teaser, die man veröffentlichen sollte. Weil der ist ziemlich banal. Ja. Ähm, ich meine, er zeigt halt einen Haufen Figuren, vielleicht ist es dann für Fans, oh, guck mal, die Figur kenne ich. Jo. Ähm, aber mehr kann man damit wirklich nicht anfangen. Ja, ist einfach nur wie so eine Benachrichtigung, dass es weitergeht und mehr auch nicht. Ist dann die Frage, ob es jetzt verschoben worden ist, ob dann, ob da eine größere Geschichte tatsächlich dahinter steckt und dass es dann halt in einem neuen Studio gegeben worden ist, statt dass Silverlink das weitermacht. Hm. Ähm, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob man das dann merkt, auch bei der zweiten Staffel oder überhaupt bei diesem Teaser schon, ob man irgendwie merkt, dass das jetzt anders aussieht. Ich weiß es nicht, ich hab die erste Staffel nicht gesehen. Ich ahne nicht. Naja, es soll immer noch 2024 rauskommen. Jetzt, äh, ist es zumindest nicht tot. So. Dann haben wir noch neue Infos zu Data Life 5, der fünften Staffel mittlerweile von Data Life. Und mit den Infos haben wir jetzt das erste Mal, dass es passiert, dass, äh, eine Staffel das gleiche Studio behält und des gleichen Staff wie davor. Weil bisher war das ja bei Data Life so, dass jede Staffel das Studio und der Staff gewechselt haben. Mhm. Staffel 1 war noch RIC. Staffel 2 war Production IMS, die es heute nicht mehr gibt. RIC gibt's auch nur noch so halb. Ähm, Staffel 3 war dann GC Staff. Die ist dann ziemlich auseinandergenommen worden vom Visuellen her. Äh, Staffel 4 war dann Geek Toys. Und dann ist jetzt noch wieder Staffel 5 Geek Toys mit dem gleichen Staff halt. Also, es ist zum ersten Mal Consistency bei Data Life. Obwohl das so ein großes Franchise ist. Naja. Ich mein, das kann auch Vorteil haben, wenn du immer ein bisschen frischen Wind reinbringst. Aber ja, mich soll das nicht so besonders interessieren. Bin nicht so dabei bei dem Idol-Kram. Es ist doch Idol-Kram, oder bin ich blöd? Ich, ich hab keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich denke nicht. Es ist halt irgendwie Haare. Mehr weiß ich davon nicht. Ach so, okay. Hm. Hm, 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 hm. Ja. Ja, aber noch zum davor gesagt AIC. Ja, die sind schon seit über 20 Jahren so kralb oder eigentlich gar nicht da. Ja, also, ich hab auch keine Ahnung, warum der Name noch rumspringt. Ist genauso wie Atari. Der Name Atari lebt auch noch, ne? Ja. Genau so lebt der Name AIC noch. Äh, die haben so viele schöne Anime in den 80ern gemacht. Aber na, so geht's halt. Tö-dö. Ähm, die soll dann 2024 übrigens da noch rauskommen, die fünfte Staffel. Also, ja, äh, dann Bochy the Rock. Die Compilation-Filme wissen wir jetzt, dass es, ja, ich sage Plural, weil das sollen zwei werden. Ähm, die dann, im Frühling kommt dann der erste raus, im Sommer soll dann der zweite rauskommen. Ja, das würde dann zumindest heißen, dass man, dass man nicht so viel rausschneiden muss. Mhm. Ähm, im Prinzip, wenn man so beide zwei Stunden machen würde, dann würde man gar nichts rausschneiden müssen. Könnte man vielleicht sogar neue Szenen mit reinbauen. Also, mal sehen, was sie damit dann anfangen wollen mit dem Compilation-Film. Ich hoffe, dass es nicht einfach so, um die Leute abzufüttern, weißt du, ich hoffe, das ist einfach nur ein Zwischenschnitt auf die nächste Staffel. Weil, soll weitergehen, verdammt nochmal. Die Welt braucht mehr Bochy the Rock, das stimmt. Wir haben noch, ähm, die Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, wir haben jetzt letztes Mal drüber geredet? Yes. Oder vorletztes Mal? Das war letzte Woche. Ja, krass. Ähm, von Noah Caesar zu, ähm, ihrem Alabaster-Remake. Ähm, eine, eine Geschichte von tesokaroschen 70ern, äh, dass sie dann mit, ähm, internationalen Comic-ZeichnerInnen, ähm, remaken wollten. Und haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um Geld zu sammeln. 30.000 US-Dollar wollten sie haben, haben in einer Woche nur 1.379 eingenommen und haben jetzt vorzeitig ihre Kickstarter-Kampagne eingestellt. Eigentlich sollte sie noch bis zum 3. November gehen, aber anscheinend, weil man, ja, realisiert hat, dass das halt nix wird, hat man jetzt halt schon den Stecker gezogen. Fast schon, also, ja, das war eine sehr schwach laufende Kampagne, aber ich finde es trotzdem noch ein wenig vorschnell, weil es gibt eine ganze Menge Kampagnen, die noch in ihrer letzten Hälfte oder letzten Woche noch einiges dazu genommen haben. Ich meine, wahrscheinlich hätten sie ihr Ziel nicht erreicht, aber es wäre doch ziemlich interessant gewesen, wie viel Interesse sie dafür aufhätten trommeln können, ne? Aber jetzt haben sie halt, das ist, mehr als zwei Wochen hätten sie noch gehabt, ne? Ja. Haben sie trotzdem abgebrochen. Jetzt ist halt verpufft wie ein Pups im Wind. Naja, ähm, was haben wir noch? Genau, äh, 4Kids hat, äh, nee, G-Kids, G-Kids hat, äh, den englischen Cast mittlerweile bekannt gegeben für The Boy and the Heron und das wollte ich hier mal, das ist ja jetzt eine News, die uns nicht so sehr betrifft, weil, ja, das eine Synchro sein wird, die wir wahrscheinlich auch in Deutschland nicht so einfach in den Kinos dann sehen werden, da werden wir dann eher die Deutsche sehen, aber ich wollte darüber hier auch reden, einfach weil das wieder krass ist, was die für Leute rangeholt haben, was ja immer, die Ghibli-Filme haben immer einen sehr starken englischen Cast. Yes. Und, ähm, hier bei The Boy and the Heron haben wir Christian Bale, wir haben Dave Bautista, wir haben Willem Dafoe, wir haben Mark Hamill, Robert Pattinson, so, nicht schlecht. Ähm, aber Christian Bale war ja schon mal in dem Ghibli-Film drin, ne? Äh, ich weiß jetzt nicht in welchem, aber ja, stimmt schon. Doch, und Mark Hamill war auch in Howl's Moving Castle, glaub ich. Ja, ja, da war der Bale auch dabei, bei Howl's Moving Castle. Ja, 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 lustig Sach, lustig Sach. Das ist schon, äh, wirklich sehr interessant. Es sind noch einige andere Schauspieler auch noch dabei, die, wo mir die Namen dann nicht so viel sagen, ehrlicherweise, die aber auch schon anscheinend eine längere Karriere haben, ähm, wie Karen Fukuhara, ne, ähm, ja, Halb-Asiatin, die, äh, zum Beispiel in Bullet Train gewesen ist, so eine Suicide Squad. Ähm, Gemma Chan heißt die andere. Ich schätze mal, das ist ihr Künstlername, weil das ist schon ein interessanter Name, wenn das wirklich echter ist. Äh, die zuletzt in The Creator gewesen ist, der jetzt aktuell auch noch in den Kinos läuft und in Eternals als einer der Eternals. Mhm. Ja, da sind schon einige, äh, ja, krasse Schauspieler mit drin, was wirklich nicht schlecht ist. Jupp, er ist mal wieder ein großer Film. Ja. Auch Dave Batista in der Voice-Acting-Rolle finde ich auch sehr interessant. Aber der hat sich ja generell schon, also, ich hab jetzt noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber er scheint ja tatsächlich nicht so schlecht zu sein als Schauspieler. Ja, das ist, äh, ich hab keine Ahnung, viele von diesen Wrestlern eignen sich nicht als Schauspieler, aber wir haben halt wirklich in den letzten zehn Jahren Ausnahmen groß gesehen, ne? Okay, sagen wir's mal so, The Rock ist schon seit Ewigkeiten am Rumschauspielern und der war immer recht spaßig in seinen Rollen. Aber, ja. Ich meine, The Rock spielt auch nur immer sich selbst im Prinzip, also der Schauspieler nicht viel. Nee, äh, aber man kann vielen Schauspielern vorwerfen, dass sie nur sich selbst spielen, aber The Rock finde ich immer noch sehr unterhaltsam. Ist ähnlich wie in einen Nicolas Cage-Film gucken. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob Nick Cage wirklich sich selbst spielt, ob er wirklich so ist. Was weiß ich. Ich glaub, das wär ziemlich anstrengend am Side. Naja. Was haben wir noch? Wir haben noch, ähm, Cardfight Vanguard ist jetzt bekannt geworden, die nächste Staffel, was denn jetzt mittlerweile die sechste wäre in dem aktuellen, in der aktuellen Kontinuität. Soll Cardfight Vanguard Divine-Z oder Divine's, Divine-Z heißen. Mhm. Wer weiß, was sie sich das schon wieder für eine Aussprache für ausgedacht haben, ich hab keine Ahnung. Ähm, soll dann im Januar 2024 rauskommen. Äh, gibt wieder eine neue Figur, das ist ja immer noch die, äh, Vanguard, Cardfight Vanguard Serie mit dem Clamp-Charakter-Design. Und das in der aktuellen sogenannten D-Series. Und da hat Bushirol auch mittlerweile bekannt gegeben, dass sie mittlerweile Ideen haben für mehr als zehn Staffeln. Ich mein, wir sind jetzt schon in der sechsten, von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Mhm. Äh, 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 das ist schon, ich mein, ich, 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 ich hab da auch vorher vor, vor, vor diesem, der aktuellen Kontinuität nie groß von gehört. Und das aktuelle Ding scheint relativ beliebt zu sein, tatsächlich, bei den Kartenspiel-Fans. Keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Ja, äh, übrigens, es heißt anscheinend wirklich Divine's. Divine's, natürlich, natürlich tut's das. Ja, irgendwann musst du auch die Katakana lernen, damit du da endlich die, 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 die Qual hinter dich bringen kannst. Äh. Ach ja. Das einzige Schöne am Japanischen, dass sie es genau so schreiben, wie man es ausspricht. Das stimmt. Zumindest kann ich, ich kann Hiragana, ich kann keine Katakana, das, das hab ich nicht gelernt. Hm. Äh, naja. Was haben wir noch? Chilling in another world with level two super power, super cheat powers? Yes, ihr wisst es, es ist eine Light Novel. Ähm, eine Isekai Light Novel. Es ist Mats' favorite Genre. Ähm. Irgendwie tut das weh, wenn du das sagst. Ist jetzt, ähm, fuck, das hab ich in die falsche Kategorie gepackt, weil mir das vorhin auch entlitten ist. Es ist in Anime zu angekündigt worden, das ist neu tatsächlich. Äh, okay. Ach, Gottchen, naja. Es ist mal was außer, außer Rand und Band hier. Nicht alles 100% geordnet, das kann mal passieren. Ähm. Das ist mir noch vorhin nicht aufgefallen, weil auch ein Browserspiel dazu angekündigt wurde, im gleichen Atemzug. Und ich dachte dann, wenn es schon in einem Browserspiel dazu angekündigt wurde, dann wird es ja eigentlich schon ein Anime geben, weil dann wird es ja schon irgendwer kennen irgendwie. Aber, naja. Und, ähm, dann stellt sich heraus, dass er irgendeine Super-Cheat-Power unlockt, sobald er Level 2 erreicht. Whoop-di-fucking-du. Also, man könnte irgendwie lustige Sachen machen, irgendwas von wegen, äh, Iseka-Immigration, weißt du? Aber, naja, von mir aus sollen sie es halt so machen. Ich muss ehrlich sagen, der Trailer sieht ganz nett aus. Es hat irgendwie einen schönen Ton, einen schönen Tempo. Und es scheint wirklich auch, ähm, darum zu gehen, dass es einfach eine Alltagskomödie ist. Und weniger, äh, Iseka-Immigration. Ach ja. Ah jo, was soll's. Mich bricht's erstmal nicht an. Und was wir nachher, Netflix hat das Startdatum für die Live-Action-Juju-Hakscher-Serie bekannt gegeben. Am 14. Dezember soll's soweit sein. Dann werden wieder Geister verprügelt. Ja, diesmal in Live-Action. Puh. Das ist eine japanische Live-Action-Produktion auch diesmal, keine westliche, so wie One Piece. Ja. Ähm, ja. Mal sehen. Mal sehen. Ja. Liegt wahrscheinlich, also, für mich hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, ob die Schauspieler ihre Kampfkünste beherrschen, ob die gut ausgebildet sind, ob die Stuntmänner das richtig hinkriegen, den ganzen Kram. Weil, ich erwarte nicht unbedingt hier irgendwas Umwerfendes von den Effekten, Leuten. Ja, da hat's Japan sowieso, also, auch in Serien, es sind Effekte da leider. Ja, ich ... Ich meine, okay, ja, auch im westlichen Bereich werden Effekte aktuell immer schlechter, weil sich eure Leute total überarbeiten. Ich, ja, ich würde nicht auf ihn herumhacken. Viele von den japanischen Anime-Umsetzungen, egal ob das Bleach ist oder so etwas, die sehen immer noch ganz gut aus von den Kostümen und von den Effekten und allem. Aber, jo. Sie sind stets bemüht. Yes. Kommen wir noch zum Rest. Wir haben noch ein paar interessante News am Schluss. Einmal hat Crunchyroll jetzt einen 24-7-Sender gestartet, einen linearen Sender, der bisher nur in den USA erreichbar ist. Den kann man dann sehen über LG-Channels, über Roku, über Amazon Freeway. Und da werden dann etwas ältere, bereits gedappte Serien die ganze Zeit anscheinend ausgestrahlt, nach einem linearen Blog mit anscheinend auch tatsächlich richtiger Werbung und irgendwie Theming, also so richtigen Programmblogs, also wie ein richtiger TV-Sender letzten Endes. Okay, sind wir schon wieder so weit, dass Video-on-Demand nicht mehr der heiße Scheiß ist, sondern die klassischen Fernsehelemente wollen wir wieder haben? Ich meine, es ist ja tatsächlich wirklich so, dass die Streamer haben sich jetzt so übernommen und verlieren ja eigentlich die ganze Zeit nur Geld, weil es sich herausstellt, dass es doch gar nicht mal so profitabel ist. Dass wir aktuell wirklich so eine Zurückentwicklung zum Fernsehmodell sehen. Amazon hat da jetzt auch angekündigt, dass sie für Amazon Prime Video dann zusätzlich Geld verlangen werden. Also, dass es nicht mehr im Prime-Abo inklusive ist. Hm. Und ansonsten muss man, glaube ich, mit Werbung gucken, wenn man sich nicht das zusätzliche Abo holt bei Amazon. Ich habe da noch nicht so 100% durchgeblickt, wie das jetzt funktionieren wird, weil ich ja Amazon Prime nicht so viel benutze. Aber ja, wir sind bei so einer Zurückentwicklung zum Fernsehen und Crunchyroll probiert da auf jeden Fall jetzt mal im amerikanischen Bereich mit rum. Mal sehen, ob wir das dann noch in anderen Ländern sehen werden, den Sender. Ehrlich, ich meine, es würde jetzt nicht unpassend sein, glaube ich mal, das jetzt auch einfach eine deutsche, deutschen Ableger davon zu machen, wo dann halt die Serien mit deutschen Dubs ausgestrahlt werden. Ich meine, Crunchyroll hat genug Serien zur Verfügung, dass sie sowas machen könnten. Und je nachdem, ob sich das dann jetzt halt finanziell lohnt, könnten sie es ja einfach machen. Ja, ich hätte nichts dagegen. Das liegt aber auch daran, dass ich mit so Sachen wie Cartoon Network aufgewachsen bin. Und die Idee von einem 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Kanal, wo nur Anime laufen, dort, ja, soll nicht. Feine Sache. Als Kind hätte man sich das auf jeden Fall gewünscht. Dann, was wir noch haben. Das ist ein Fall, über den wir jetzt reden, der an sich zwischen abgeschlossen ist und dann keine wirklichen Konsequenzen im Moment hat, aber auch so ein bisschen ein Phänomen, so ein Teil eines größeren Phänomens ist, das man jetzt bei Crunchyroll auch schon länger verfolgen kann. Und zwar ist ja in der aktuellen Saison ist die Serie Yusuke Families for Sons gestartet und am gleichen Tag zur Veröffentlichung ist sie bei Crunchyroll auch erstmal wieder runtergenommen worden, nachdem sich anscheinend viele, viele Leute in den Kommentaren und auf Social Media über die Qualität der Untertitel aufgeregt haben. Und dann ist sie später wieder online gegangen, hat dann einen Tag später neue Untertitel bekommen, aber es scheint tatsächlich, nee, eine Woche später, die sehe ich hier sogar, ich habe mich anscheinend vorher verguckt, eine Woche später erst neue Untertitel bekommen. Und das ist dann auch etwas, was mir in letzter Zeit mehr und mehr bei Crunchyroll aufgefallen ist, wenn ich da Serien gucke, dann, ich gucke am Ende einer Folge, gucke ich auch gerne mal kurz in die Kommentare zumindest runter und dann sehe ich das immer wieder, dass sich da Leute über die Untertitel aufregen. Und dann sieht man dann, vielleicht ist mal eine Folge ohne Untertitel überhaupt erst rausgekommen an dem Tag, an dem die Serie halt rausgekommen ist oder es ist nur eine gewisse Sprache erreichbar oder das Timing ist völlig kaputt von den Untertiteln und passt überhaupt nicht. Ich glaube, bei Sacrificial Princess hatte ich das mal eine Episode, wo Leute sich dann in den Kommentaren drunter aufgeregt haben, dass es die Untertitel von letzter Woche sind, die auf die falsche Folge übertragen worden sind. Das kriege ich da natürlich alles nicht mit, weil das ist mein Glück als Person, die das halt alles erst weit im Nachhinein guckt, wenn es schon alles gefixt worden ist. Aber das ist natürlich etwas, wenn du, wenn dein Ding nun mal ist, dass du halt Simulcasts machst, dann sollte die Folge halt auch funktionieren, wenn sie rauskommt. Ich meine, klar, das ist ein ziemlich stressiges Business, das ist auch für die Leute dahinter alles ziemlich stressig, die das alles so schnell wie möglich übersetzen müssen und die Timings und das Editing machen müssen und alles. Ähm, hier scheint die Übersetzung wirklich so schlecht teilweise zu sein, dass auch Leute davon ausgehen, dass es vielleicht Machine Translation gewesen ist, also AI Translation. Ja, das passiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr oft dazu benutzt wird, das Werkzeug einfach nur, weil es schneller geht, es durch die Maschine zu hauen und dann im Nachhinein zu korrigieren, als es von vornherein alles von Hand zu machen. Ich weiß es aus Erfahrung. Und ja, wenn man einfach entweder zu wenig Geld oder zu wenig Aufwand dafür betreibt, weil die sparen ja dort so gut, wie sie können, dann ist es da ein bisschen hingerotzt manchmal. Und ja, das geht eigentlich nicht, die Leute bezahlen dafür. Das ist, nee. Und das scheint mir gerade bei Crunchyroll halt besonders viel zu bemerken, dass da ganz große Probleme hinten dran sind, dass wahrscheinlich sehr viele Leute, ich meine, Crunchyroll ist sowieso, wir reden ja ständig darüber, dass die im eigentlichen Business gar nicht mal so eine sympathische Firma sind. Und dann werden wir, und die Untertitel-Leute werden bei Crunchyroll ganz schlimm unterbezahlt. Also Funimation vorher hat wesentlich besser bezahlt, als es Crunchyroll jetzt tut. Und da ist dann natürlich dieser Buyout auch nochmal besonders scheiße für die ÜbersetzerInnen, die jetzt halt entweder weniger Geld bekommen, als sie vorher bekommen haben für die gleiche Arbeit oder sich einen neuen Job suchen müssen. Ja, man hört ja auch immer wieder, dass durch die Übernahme von Sony im Moment alles noch drunter und drüber geht und viel, viel in der Organisation und im Management nicht so, also sie wissen noch nicht genau, wie sie es genau machen sollen, und keiner weiß vom anderen hundertprozentig, wie man es weitermachen soll. Das sind alles natürlich Gerüchte, aber ich kann es mir vorstellen, dass immer halt noch Chaos herrscht und dass es dann deswegen oft auch passiert. Ja, also mal sehen, wie lange das noch so weitergeht. Also das ist, das ist, es sollte so nicht sein. Die Leute bezahlen dafür, dass dann auch alles immer pünktlich funktioniert und wie gesagt, die Arbeit ist halt scheiße, aber dann sollte sie auch dann entsprechend vielleicht auch bezahlt werden, dass die Leute dahinter nicht bis zu Tode schuften müssen und dann vielleicht dadurch auch einen Haufen Fehler in sowas reinkommen. Ja, es wäre machbar, aber ja, es ist jetzt schon am kritischen Punkt, wenn die Sachen runtergenommen werden müssen, weil sie einfach den Qualitätsstandard überhaupt nicht erreichen. Ja. Dann haben wir noch eine ganz seltsame Geschichte. Und zwar der Mainichi Shimbun, also eine japanische Zeitung, hat darüber berichtet, dass Ikuhara, also Kuni Ikuhara, der Regisseur von Utena, von Penguin Drum und noch ein paar anderen ikonischen Serien, eine Frau angezeigt hat, die auf Social Media behauptet hat, dass er ihr Artwork getraced hätte. Und das Gericht soll am 13. Dezember dann ein Urteil fällen. Bis dahin können wir die Geschichte zumindest ein bisschen erzählen. Und dann ist es anscheinend so gewesen, dass eine Frau, die selbst anscheinend eine Synchronsprecherin und Zeichnerin sein soll, eine Direktnachricht über Twitter an Ikuhara geschrieben hat, im April 2022, dass er einer ihrer Arbeiten plagiarisieren würde. Und Ikuhara hat das halt bestritten, hat einfach weitergemacht. Und dann ist auch anderen Leuten in seinem Umfeld mehr und mehr Ähnliches tatsächlich passiert. Und diese Frau hat angefangen, Publisher anzuschreiben und andere Firmen, auch zum Beispiel sein Rekordlabel, bei dem Ikuhara, der hat ja mittlerweile eine Band und so weiter und so fort, dass die irgendwie was tun sollen und er soll sich entschuldigen. Und das ist anscheinend auch noch bei einer zweiten Zeichnung passiert, wo einer von Ikuharas Kollegen eine Zeichnung gepostet hat und sie dann gesagt hat, das ist auch von mir, das hat Ikuhara geklaut, so plagiarisiert. Und deswegen ist jetzt letzten Endes, hat Ikuhara dann halt die Polizei verständigt, die auch Patrouillen zu seiner Behausung zweimal am Tag geschickt haben und sogar eines seiner Auftritte gecancelt haben, aus Sicherheitsgründen. Und ja, letzten Endes findet jetzt gerade halt ein Lawsuit statt in Tokio, wo der anscheinend auch schon seit Juni 2022 geht und Ikuhara möchte 3,3 Millionen Yen in Entschädigung haben. Beziehungsweise hat das mittlerweile anscheinend sogar auf 4,4 Millionen Yen angehoben. Ähm, ja, Kopierrechtsbetrugsversuche, ja, ich liebe die deutsche Sprache, die sind ja nichts Neues. Wir kennen es von einigen hässlichen Versuchen in YouTube, da passiert das abzumal, dass Firmen versuchen von Leuten Sachen irgendwie als ihr eigenes Zeugs auszugeben und sie dann wegzustoßen. Und bei der vollautomatisierten Algorithmus von YouTube haben sie teilweise dann auch Erfolg damit, ne? Hm. Aber hier das, ähm, ja, ich hab keine Ahnung, auf was in Erfolg sich die dabei ausgerechnet hat oder ob das überhaupt ein Betrugsversuch ist, das werden die halt dann irgendwie klären, ne? Ja, letzten Endes wissen wir es halt nicht. Vielleicht hat Ikuhara ja wirklich irgendwie was getraced oder sonst irgendwie was. Das, ähm, das wäre möglich, aber was ich denke mal tatsächlich wahrscheinlicher ist, ist, dass die ihn belästigt. Ja, das ist gut möglich. Wie gesagt, passiert halt sowas, ne? Oder wir haben wirklich eine von diesen Fällen, wo halt zufälligerweise Ikuhara exakt dasselbe gemacht hat wie irgendjemand anders. Sowas kann auch passieren. Ja, das kann auch passieren, ja. Naja, ähm, wir wollen mal hoffen, dass alles zumindest gut ausgeht, dass diese Frau das dann auch in Zukunft unterlässt, ähm, nachdem sie dann, ähm, hoffentlich entsprechend irgendwie bestraft wird in was weiß ich was, Bewährung, Strafe, sonst irgendwie was. Ich meine, wenn schon ein Auftritt gecancelt worden musste, irgendwie aus Sicherheitsgründen. Ja, ähm, das ist dann wahrscheinlich auch für die Psyche nicht unbedingt geil, wenn du dir halt nicht sicher sein kannst, ob irgendjemand vor deiner Tür stehen und dir was Schlimmes antun will. Ja, was für ein Unsinn, ey. Ja. Blöde Welt. Aber was ich gerade noch lese, die Frau hat anscheinend ihre, ähm, ihre Anschuldigung am 4. Oktober vor Gericht zurückgenommen. Also, wird's ja doch nicht so schlimm gewesen sein, ha? Aber der Schaden ist letzten Endes passiert bei Ikuhara. Ja. Ach ja. Es gibt manche komische Menschen. Was es auch gibt, ist ein Mangaka, der, äh, hier hielt es einfach nicht mehr aus. Und das in einem guten Sinne. Zum Glück, wir haben keine traurige Geschichte hier am Schluss. Ähm, der Mangaka von Fly Me To The Moon, ähm, also Kenjiro Hata, auch der Mangaka von, ähm, High to the Combat Butler, ähm, der hat gesagt, der hat im 46. Ähm, ähm, Issue von, von, von Weekly Shonen Sunday angekündigt, dass er erstmal Pause machen muss. Es ist nämlich was ganz Schlimmes passiert, und zwar das 236. Kapitel von Jürze Kaisen. Ähm, ähm, das ist, ähm, das ist wirklich was er letztendlich gesagt hat. Es ist anscheinend etwas so Schlimmes in diesem Kapitel passiert, ähm, und es scheint auch so ein bisschen durchs Internet gegangen zu sein. Ich hab's ehrlich gesagt nicht wirklich mitbekommen, ähm, dass etwas so Schlimmes und so Heftiges in diesem Kapitel passiert ist, von, ähm, von Jürze Kaisen, dass, äh, das Internet komplett kaputt gegangen ist und dass auch er dann gesagt hat, boah, ich brauch jetzt erstmal einen Monat Pause. Also, okay, okay, also, meine Fresse, ja. Wenn das zu einem so kulturellen Phänomen wird, dann ist es natürlich schon etwas, da kann der Autor von Jürze Kaisen sich mit rühmen. Da kann er sich an die eigene Nase fassen, das ist geil. Äh, es ist, es ist eine sehr lustige Geschichte, auf jeden Fall, ähm, dass er dann zweierkaut, deswegen dann eine Monat Pause zu machen, weil vielleicht will er generell auch mal nur Urlaub haben und hat das jetzt so als Ausrede genommen, aber es ist schon eine lustige Geschichte. Im 50. Band soll es dann weitergehen, deswegen habe ich gesagt, eine Monat Pause, aber, ne, wir haben dann 47, 48, 49, also drei Wochen Pause, beziehungsweise. Ja, das war's für heute. Gut, sehr gut. Wir sind durch mit den News, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, es gab, äh, die Woche, in der ihr das gerade hört, gab es auch wieder eine neue Ausgabe vom Anime Slam Podcast, äh, wo wir Ruben dabei hatten und viele über die neue Saison gesprochen haben. Oh, ja, ja. Über, über die vielen, vielen Titel und Banger, die es da gibt anscheinend. Ähm, und ansonsten gibt es auch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit Nachrichten. Nachrichten aus Japan. Ähm, mehr habe ich nicht zu sagen. Wir, wir hören uns dann spätestens nächste Woche, ne? Tschüssi! Ciao!